Wir kommen jetzt zu den übrigen, zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte der beiden Plenartage. Ihr Einverständnis vorausgesetzt werde ich zuerst über die Gesetzentwürfe sowie die dazugehörigen Änderungsanträge abstimmen lassen. Danach lasse ich über die zur Abstimmung stehenden Entschließungsanträge abstimmen, und dann werde ich nach den Entschließungsanträgen die Beschlussempfehlungen zur Abstimmung aufrufen. Ich komme zu Tagesordnungspunkt 12 bzw. zur Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 12. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE. Das ist die Drucksache 20 1952 zu Drucksache 20 1229. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, CDU, Freie Demokraten, AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der SPD. Ich stelle fest, dass der Gesetzentwurf damit mit den Stimmen derer, die ich genannt habe, entsprechend abgelehnt worden ist. Ich komme zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 13. Ich rufe die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das ist der öffentliche Gesundheitsdienst, Drucksache 20-2652 zu Drucksache 20-2082 auf. Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 20 2672, abstimmen. Wer ist für die Annahme des Änderungsantrags? Dann bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die Fraktion SPD, DIE LINKE und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Insoweit gibt es, wenn ich das richtig sehe, auch keine Enthaltungen. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Kommen wir nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung, Drucksache 20-2652 zu Drucksache 20-2082. Wer ist dafür? Dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das sind die Fraktionen SPD und DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN entsprechend angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 15 ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das ist die politische Teilhabe, Drucksache 20 2648 zu Drucksache 20 Drucksache 20 2545 zu Drucksache 20 1644. Wir stimmen zuerst ab über den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der SPD und der Freien Demokraten, Drucksache 20 2685. Wer für die Annahme des Änderungsantrags ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die LINKE, die SPD, die BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die CDU und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Änderungsantrag angenommen. Ich lasse Sie jetzt über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der mit der Annahme des Änderungsantrags geänderten Fassung zu? Ich bitte um das Handzeichen. Das sind die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf entsprechend in geänderter Fassung angenommen und zum Gesetz erhoben. Beifall SPD, Freie Demokraten, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Nach meiner Liste sind die Gesetzentwürfe abgestimmt. Wir kommen zu den Entschließungsanträgen aus Tagesordnungspunkt 43. Ich lasse nun den Tagesordnungspunkt 43, Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, das sind wirtschaftliche Folgen von Corona-Abfedern, Drucksache 20-2678. Wer stimmt diesem Entschließungsantrag zu? Das sind die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Entschließungsantrag mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN angenommen. Tagesordnungspunkt 44 ist der Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie minimieren und so weiter und so fort, Drucksache 20-2679. Hier die Fraktion DIE LINKE gebeten, die Absätze 1 und 2 sowie den Absatz 3 getrennt abzustimmen. Ich lasse daher zuerst über die Absätze 1 und 2 abstimmen. Wer ist für die Absätze 1 und 2? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, die AfD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freie Demokraten. Damit sind die Absätze 1 und 2 mit den Stimmen derer, die ich genannt habe, angenommen. Ich lasse jetzt über den Absatz 3 abstimmen. Wer ist für den Absatz 3? Das sind CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist derzeit niemand. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist der Rest des Hauses. Damit ist der Absatz 3 auch angenommen und in der Summe der Entschließungsantrag ebenso angenommen. Jetzt komme ich zu den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse. Wir haben uns darauf verständigt, die Beschlussempfehlungen ohne Aussprache aufzurufen. Darf ich fragen, ob auf die Berichterstattung in Gänze verzichtet wird? Das ist der Fall. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 37, Beschlussempfehlung im Bericht des Tagesrausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. Drucksache 20 2532. Ich bitte, verehrte Frau Ministerin, das war nur sympathisch gemeint, um den Abend abzukürzen. Drucksache 20 2532 zu Drucksache 20 2357. Wir verzichten auf die Berichterstattung. Wer bestimmt der Beschlussempfehlung zu? Das sind CDU, AfD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Das sind die Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung entsprechend angenommen. Tagesordnungspunkt. Ich rufe jetzt nur noch den Tagesordnungspunkt auf und die Drucksachennummer. Tagesordnungspunkt 38, Drucksache 20 2542 zu Drucksache 20 1517. Ich frage, wer der Beschlussempfehlung zustimmt. Das sind CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die SPD, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist DIE LINKE. Jawohl. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wenn es zu schnell geht oder irgendetwas durcheinander geht, sagen Sie einfach Stopp. Das ist überhaupt kein Problem. Tagesordnungspunkt 39, Drucksache 20 2543 zu Drucksache 20 2359. Ich frage, wer der Beschlussempfehlung zustimmt. Das sind CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist der Rest des Hauses. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 40, Drucksache 20 2546 zu Drucksache 20 1643. Ich frage, wer dem zustimmt. Das sind die AfD, die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das sind die Ausländerbeiräte ganz genau. Wer stimmt dagegen? Das sind die SPD, DIE LINKE und die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Jetzt komme ich zuletzt zu Tagesordnungspunkt 41. Das ist die frühkindliche Bildung, Drucksache 20 2555 zu Drucksache 20 2361. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das sind die SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Das sind die AfD und die Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Bitte, Herr Kollege Felstehausen. Herr Präsident, ich möchte zum Protokoll geben. Beim Tagesordnungspunkt 38 haben wir uns enthalten. Das war fehlerhaft. Es sollte eine Ablehnung sein. Ja, sorry. Alles klar. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Das wird im Protokoll genauso vermerkt. Ich finde, das kann bei so einem Abstimmungsmarathon auch einmal passieren. Das ist doch überhaupt kein Problem. Dafür haben wir hier auch die Unterlagen. Ich bitte noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt über die Beschlussempfehlungen abgestimmt. Wir sind am Ende der gesamten Abstimmungen angekommen, wenn ich das alles richtig in meiner Buchhaltung sehe. Bei den restlichen Tagesordnungspunkten wurde mir mitgeteilt, dass erstens der Tagesordnungspunkt 19, ich glaube, da geht es um die Provenienzforschung, abschließend in den WKA geht. Das ist richtig, alle nicken. Dann geht es um den Tagesordnungspunkt 21. Ich glaube, der ist ziemlich veraltet, weil das Manöver längst stattgefunden hat. Der wird zurückgezogen. Der Rest geht ins nächste Plenum. Ja, so ist das. Dann haben wir noch eine kleine Problematik. Das sind die Antworten auf die Großen Anfragen. Wie gehen wir damit um? Gehen die ins nächste Plenum oder direkt zur abschließenden Beratung in die Ausschüsse? Alles klar, wir gehen ins nächste Plenum. Ich habe es einfach einmal versucht. Damit sind wir am Ende der Plenarsitzung. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns bald an diesem Ort wiedersehen. Bleiben Sie alle gesund.